Die 66 Kilo kämpft Simon Fischer gegen Lukas Brauchle. Lukas Brauchle, 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 Lukas Brauchle. 1, 2, 1! Applaus Weiter, weiter! Schöne Aktivisten. Hey Simon, muss der Ritz da nicht stehen. Sech Bein an! Ich muss auf nichts besuchen. Sehr gut aus, hier. Auf Glück! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.